Die Welt, so wie ihr sie kennt, endete mit einem Knall. Doch, ich bin nicht hier, um von deren Scheitern zu sprechen. Mein Name ist Lennox und ich gehöre zum Team der Legenden. Unsere Aufgabe ist es, legendäre Pokémon zu finden und zu retten. Denn sollten sie fallen, so fallen auch die Blätter der Zukunft, Hoffnung und Harmonie vom Baum des Lebens. Nach meiner Prüfung bekam ich den Hornisch des Raikou und verfolge den Donner. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Pokémon-Universum mit dem Fallout-Universum Wasteland-Style-mäßig zu mischen. Ein riesen Dankeschön an Adrien, dass du das mitgemacht hast. Thank you, Scott, for getting in contact with me and making this even happen, for giving me this idea or the inspiration to do this. I hope you like what I came up with and maybe we can do something together again in the future. So, bye. Hey, I'm Scott from Friggin' Boom Toys. I make a bunch of wacky stuff on my channel. Come and check it out if you like what you saw in this video. Bye.